Wann hat das denn besprochen? Das sollte eigentlich eine Überraschung sein. Apropos Überraschung. Der eigentliche Grund, warum ich heute hier diesen Tisch... Ja, aber ich hab doch noch bestellt und zwar weil... Aber ich wollte doch heute mit dir hier hin. Ja, und wenn ich ihn nicht reserviert hätte, dann würden wir jetzt an der Pommesbude stehen und rot-weiß essen. Entschuldigung bitte. Ja, du hast gerade eben gesagt... Oh ja. Sag mal, macht deine Chefin nicht mal Feierabend? Ah, die Lutsch rutscht lieber aus wie eine Kabel-Sonnentüte. Ja, und wie es mit sich machen lässt. Sagt gerade der Richtige. Wie du dich manchmal von deinen Kunden schikanieren lässt, ist es eigentlich peinlich. Ja, Reichsweise. Das war auch schon fast. Das war schon fast. Alles F界iele. Ja, der aibe sommet ist ein ordentliches. Das war noch nicht moral, aber ich kann moore. Bis zum nächsten Mal. Da. Und es ist Zeit zu sagen, Zeit zu sagen, goodbye. Untertitelung des ZDF, 2020